Hallihallo, Freunde! Willkommen zurück zu Let's Play Pflanzen gegen Zombies! Hallo! Brains! Und Franzi und ich haben beschlossen, dass wir nach dieser Folge einen Kaffee trinken. Yay! Kaffee! Das könnten die Dinger hier auch gut gebrauchen, aber die pennen ja. Ja. Faul. Faule Matschkürbisse. Na, was brauch ich denn hier? Ähm, die sind wichtig. Warum keine... Achso. Warte, man muss so ein bisschen mehr im Wasser aufbauen, weil das so ein Blödes... Ich bin blöd. Ich so, warum kann ich keinen Triplinator ausrüsten? Oh! Klug wie immer. Äh, was brauch ich noch? Passo. Äh, ich kann noch... Notfalls den Matschkürbisse oder die Cherub... Ne, ich nehme den Matschkürbisse. Oder warte, 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 den kleinen Erbsenschleuder. Der ist noch wichtig. Ja, die würde ich... Der Duplinator, den brauch ich nicht. Ich hab ja den Triplinator. Okay. Wäre dumm, den mitzunehmen. Pflanzen. Ja, los, los, los. Los, los, los. War da eben Gena drin? Ja, war's. Okay. Level 3 von... Oder Level 33, oder kein... Ach, ne. Kapitel 3, Level 3. So kann man's sagen. Genau. Zombies are coming. Gut, geht mir eben schnell. Der erste Brains. Der kommt... Der kam aber schnell. Ja, wirklich. Die Zombies sind auf Speed. Konnt's wohl nicht erwarten. Genau, der hat mich so doll lieb. Oder hat mein Gehirn so... Das Brains. Brains. Bei mir ist nichts vorhanden. Kannst gleich wieder umdrehen. Genau, also beim Gehirn, bei mir, da bist du an der falschen Adresse. Wie die Kay, so, heute Abend steht ein Monster an meinem Bett und so, gib mir all dein Bier. Und ich sag dann so, äh, Bier, ja. Nee. Er muss in den Keller gehen, ich hab nix. Ja. Der Comic war vom Gesichtsausdruck so genial gemacht, er so, äh, einfach so total stumpf. Kriegt der hin. Fast so stumpf wie dieser Zombie. Ich zatschte im Gesicht rum. Ah, das mag der total nicht, siehste? Die zwei die auch. Dann hat er den Kopf verloren. Genau, ich popel dir in der Nase. Ja. Du solltest vielleicht auch erst mal ein Geschütz aufstellen. Oh ja, stimmt. Bevor du da rum einfachst. Davon, davon sterben die ja leider nicht. Ah, hier von der Nase her passt das ja eigentlich zu dem Michael Jackson Zombie von vorhin. Jetzt komm, machen wir Nasenwitze über Michael Jackson. So. Der kommt dir leider jetzt grad nicht mehr vor, grad zur Zeit. Der hat besseres zu tun, als sich mit uns abzugeben. Ich hab, da kommt jetzt überhaupt nicht mehr, hab ich das Gefühl. Wirklich? Ja, da kam ja nur Ding, äh, hinten beim, bei dem, äh, ne, vorne bei dem Garten. Da wo die ja die ganzen Grabsteine sind im Hintergarten, gibt's keine Grabsteine. Hm. So. Welche? Ne. Wäre auch nicht so dekorativ, Grabsteine im Hintergarten. Im Vordergarten ist das ja nur okay, also, da würde ich meinen Grabstein ja noch hinstellen, aber im Hintergarten, ne. Na eben. So, das... Und du brauchst da aber zwei, das ist dir klar, gell? Ja. Das weiß ich. Du nimmst so ein komischer, äh, so ein komischer Klotzi. Ja, ich weiß, ich glaub, ich tausche den gleich aus, deswegen. Ich muss halt noch ein bisschen sparen. Also, da muss die Natti grad leider ein bisschen hinhalten, so fies das ist. So fies ich auch bin. Was sagt das? So fiesling. Es tut mir leid. Die Natti so zu schänden. Ich bin ein Natti-Schänder. Ich, schlimmes Aufnahmen-Neustart. So, volle 60 FPS wieder, ist doch schön. Yay. Gut, Natti. Wir brauchen aber erstmal mehr Geld, und ich muss ja hier, da muss ich auch anfangen zu sichern, bevor die Schwimm-Zombies kommen. Da muss noch unbedingt eine Natti hin, damit die Schwimm-Zombies... Da kommen sie schon. Genau, aber keine Taucher ist das Schöne. Ich glaub, dass die... Die komischen... Warte, nee, das war... Nee, stimmt, der taucht einfach nur. Der wird dann bei der Natti wahrscheinlich auftauchen. Ich glaub, ich muss die erste Natti dann da hinbauen, wo... Dingenskirchens halt auftaucht. Ja. Oh, der Taucher halt auftaucht. Friesen! Die essen dann ja zum Glück auch lange. Nein, du bist das Kleeblatt da, wo es ist. Das hatten wir doch schon. Jedes Mal dasselbe. Seerose. Das war gerade so übertrieben. Ja, das war... Vorhin, das war auch bei mir so. Da hab ich mich im Wasser... Als ich vom Schwimmen kam, hab ich mich verschluckt, dann muss ich mich die ganze Zeit räuspern. Toll. Du warst doch dabei. Ja, ich war nicht büten Freibad. Nein, aber... Da war ich nicht dabei. Ich bin dumm. Aber also, räuspern musste. Was hab ich vorhin gesagt, Franzi? Ja. Und wo steht die Natti? Falsch. Mach ich so. Egal. Einfach ins Wasser gesprungen. Blob. Arschbombe! Arschbombe! Das gibt's sogar in dem Spiel. Oh, Mann. Dieses Spiel ist so kreativ. Aber wirklich. Da hat jemand ne Menge Fantasie. Wolltest du oben irgendwie was hinbauen? Ja, ich will den, äh... Du Triplinator hinbauen. Okay. Nein, Natti! Was ist das? Was ist das? Natti. Ach, nein. Werd wieder fröhlich! 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 So. Gut, den kriegen wir da locker hin. Dann haben wir die Natti. Natti. Gut. Dann muss... Jetzt heißt es hier, die Dinger durch Triplinatorn. Natti austauschen! Äh! Ah! Natti! Gut. Gut, 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 gut. Äh! Ah! 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 Ich hätt... Warte mal. Ich hätt auch einen Matschkürbis hinsetzen können. Egal. Oh, Wayne! Wayne! Reimt sich auf Brain! Reimt interessiert dein Brain! So. Der Matschkürbis sieht total gelangweilt aus. Nein. Der hat... Was halt er halt besser was zu tun hat. Die ganze Zeit auf und ab. Hey, das ist die neue Dance-Richtung. Zuerst wird die Sonnenblumen nach links. Rechts. Links. Auf. Ab. Ja, ich stand hoch. Runter. Genau. Runter. Das ist doch mal stylisch. Ah, ja, klar. Und dann auch wie die Nazi blöd gucken. Mit coolen Augen. Genau. Äh, unten ist da jemand scharflich gebrochen. Nein! Hört auf! Scheiße. Nein! Ah, ich bin so dumm. Was? Aber da oben auch! Ich pass grad gar nicht auf. Was kann das sein? Ja, kann sein. Ich war zu sehr auf meine Tripline-Toren-Dinger. Steif. What? Das hab ich richtig viele... Oh nein, verloren. Ach was. Noch nicht. Ja, da oben ist das Habi. Konnte ich zum Glück noch alles retten. Na, Moment mal. Weiter geht's. Weiterspielen. Weiterspielen. Gut. Wo, grad wo's spannend wird. Da muss Nati hin, ist wichtig. Äh, da müssen noch ein paar... Warte mal, wenn ich die Nati gleich... Ich setz die Nati... Wenn die Nati wieder da ist, setz ich ihn nach vorne und dann baue ich hier wieder die beiden Sonnenblumen. Ja. Aber erst wenn Nati wieder aus dem Urlaub zurückkehrt. Der muss sich auch mal... Wenn man die ganze Zeit angeknabbert wird, hat er sich das wirklich verdient. Aber wirklich. Nati in Urlaub. Oh oh. Oh oh. Nati, halte durch. Ja. Danach, dann kriegst du Urlaub. Mhm. Aber halt nur, wenn du durchhältst. Nur, wenn du durchhältst. Ansonsten musst du noch ein bisschen länger da bleiben. Ja. So. Äh, der letzte... Da, da will ich noch einen haben. No, es knabbert doch nicht. Schmeckt doch gar nicht so eine Walnuss. Zumindest die Schale schmeckt nicht. Also das Innere, aber die Schale an sich ist doch total eklig. Ja, die ist total wirklich eklig. Das hast du recht. Das ist viel zu hart. Wie schmeckt das denn? Ich würde aber die obere Nati jetzt irgendwie gleich austauschen oder halt warten. Nein, ich würde die obere machen, weil das ist ja die letzte Welle sozusagen. Ja, ja, hab ich schon gemacht. Keine Saar. Jo. Ich könnte schon mal... Das musst du mal mit der Schaufel zu verlagen. Ja, genau. Oh, jetzt ist er schon weg. Hätte ich was gemacht. So, Schlingpflanzen. Yay. Glüh-Stirb-Samen. Für Wasserpflanzen, die ein Zombie unter Wasser zieht. Die sind eigentlich voll günstig mit 25. Die sollte man eigentlich fast immer dabei haben. Ich finde es gut so. Obwohl, der Maske... Hey, willst du einen zusätzlichen Samenplatz kaufen? Ja, immer. Kostet 5000, aber du kannst dann in jedem Level unter 8 statt nur 7 Samen wählen. Hi, oh. Jupp, mach ich. Klasse. Klasse. Yay, jetzt noch mehr Samenplätze. Das ist gut. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt 10 Minuten. Wollen wir nochmal eben ein kleines Minigame ausprobieren? Ähm, mir egal. Ich glaube, Bowlen geht schnell. Oder den Spielautomat, der hört sich kurz an. Ähm, muss nicht sein. Wie du willst. Du kannst auch einfach mit 10 Minuten. Du kannst... Mir ist das egal. Du kannst es auch mit dem Spielautomat ausprobieren. Ich finde es lustig. Okay, mach mal. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der schnell oder kurz ging. Äh, was war das gerade für ein Satz? Ob er schnell oder kurz ging? Das muss ich mir merken fürs nächste Mal. Was haben wir hier? Du musst ständig irgendwie an dem Kugel drehen. Und wenn du zwei gleiche oder drei gleiche kriegst, dann kriegst du das dann und kannst einsetzen. Aber manchmal kriegst du halt überhaupt nichts. Da stehst du blöd da. So. Immer drehen. Manchmal hast du auch drei gleiche und dann kriegst du alles drei. Okay. Das ist praktisch. Ja, aber manchmal kriegst du überhaupt nichts. Oh, muss man jetzt Sonnen kriegen, um das Level zu wenden? Das ist cool. Doch, da unten steht auch 50 von 2000 Sonnen. Ach so, ja, stimmt. Ach Gott, ja. Alzheimer, das grüßen. Genau. Oh, oh, oh. Das ist gut. Das gefällt mir. Dreimal Natty. Das ist echt cool. Alle drei braun gebrannt aus dem Urlaub zurück. Yay. So. 75 erst. Sonnenblume, das ist schön. Vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen drauf achten. Ja. So, was habe ich? Dreh nochmal. Du kannst nicht auswählen, nur wenn es zwei doppelt oder drei sind. Das ist so. Warum ist das Glück nicht auf meiner Seite? Ich hatte am Anfang voll Glück und am Ende überhaupt nichts mehr. Ach man. Ey, das ist Natty. Oh, ich habe gerade so ein Pech. Hatte ich auch. Mach dir nichts draus. Natty, das ist jetzt Pech. Da kann ich nichts für. Was verstehst du? Oh. Das gibt es doch nicht. Okay, warte. Wir können das gleich auslösen. Ja. Jetzt dreh und kurbel um dein Leben. Ich kurbel, kurbeln, kurbeln. Ha. Das freue ich mich aufregend. Ja, gut. Da muss aber noch was hin. Ja, ich weiß. Äh. Warte mal. So tut der immer noch da dran. Oh, du hättest. Shit, shit, shit. Ich brauche mal Geschütze. Ja, das ist echt. Die sammeln sich hier sonst immer an den Nüssen an. Und das ist doof. Hey, das ist nicht normal. Aber wirklich nicht jetzt. Nein, er kriegt wenigstens 1000 Natty's. Warte. Ey, obere Natty wird auch... Oh Gott. Scheiße. Egal, du hast ja... Einmal kannst du ihn ja durchlassen. Ja. Ich hab... Ich hab nur zwei Erbsen schleudern. Also was kann man da jetzt besser machen? Nix. Was kann man? Ich drück dir jetzt die Daumen, los. Ja. Gut. Nein. Nein. Scheiße. Nein. Jetzt kriegt die Sonnenblumen auch noch weg. Ah, da kann ich jetzt nichts mehr gegen machen. Ja. Und jetzt ist es jetzt so drauf. Oh, es kommt so gut. Ja. Gut, hab ich wenigstens... Jetzt sind wir jetzt wenigstens in jeder Reihe. Wenn jetzt noch so viele Natty's wie vorn kommen, ist gut. Ich drück die Daumen. Drückt alle mit! Genau. Das ist mir egal. Drückt! Aber die Natty hat keine Daumen, das ist das Problem. Natty! Scheibenkleister. Ah, wird schon. Drückt, drückt! Einmal drücken kostet 25 Sonnen, ne? Dann ist nachher die Sache, dass man... Das ist, wenn man keine Sonnen mehr hat. Ach echt, das kostet sogar was? Das habe ich gar nicht. Ja, einmal 25 Sonnen, dieser Zug. Siehst du? Toll. Oh man, wenigstens habe ich schon eine Menge Eiswerfer. Ist das Schöne. Halleluja, jetzt sieht's gut aus. Ey, warte, wie lange ist die Zeit? Äh, genau 15 Minuten. Wollen wir das machen, dass wir hier einen kleinen Schnitt machen und dann im nächsten Part hier weiterkämpfen? Bevor oder nachdem wir Kaffee gedruckt haben. Wir können auch jetzt schon Kaffee trinken. Yay, Kaffee! Okay. Dann bis gleich! Holen wir uns gleich, holen wir uns Kaffee und dann sehen wir uns im nächsten Part. Mit Kaffee. Genau. Bis dann, tschö. Tschaui! Tschaui! Tschaui!